Geil LOL Was hast du denn? Hi Ossi Wuiiii Was bist du denn? Aua! Ich hab mich hier ins Haus geschneudert, jetzt ist ein Loch im Haus Du kannst mit der Kanone wegschneudern Ok Ehm, schau mal da und starten Du? Ja, warte, 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 ich mach hier noch ein Fenster rein, damit das alles wieder so aussieht, als ob es so war Mhm Und... Jaja, mach mal Ok, dann Daisy, Susi, Inigo Hallo, herzlich willkommen zu unserem Video erst... Fortnite Heilt es sich mit dem Fabi Hallöchen Wir haben uns eine andere Position ausgesucht bei Lazy Lynn Also, ist einfach nur das schöne Schiff hier und da unten Ein Dorf, wo irgendwo der Fabi rund dran, glaube ich Vielleicht, ja, eventuell Ja Gut Ähm Fabi, du zählst irgendwo im Gebäude drin, oder? Ja Achso, ja stimmt, ich zähl ja, ich versteck mich ja nicht, ich hab mich jetzt versteckt Ja, kannst ja dann versteckt er zählen Ja Keine Ahnung Ich versteck mich mal Also, zum zählen Ah, kann ich ins Klo Nein Ha 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 Man, schade, ich wollte ins Klo rein 3 4 5 6 6 7 8 6 7 Oh, scheiße Nein 16 17 18 19 20 21 21 21 21 21 23 Ich kann nicht spawnen, lass mich 23 23, du musst auch nicht spawnen 24 Stopp Stopp 25 Ich bin Anu, lass mich! 26 25 Hör auf, Fabi! Pfui! 28 Fabi Pfui! Fabi Pfui! Pfui, ich sag! Ja? Da schießt jemand! Autsch! Falsch an! So du kannst! Okay, komme! Nee, du hast geguckt, Alter! Weiß nicht, ob ich dich gesehen hab, oder nicht? Gebt mir Metall, ihr Kanonenkugeln! Ja! Was wär das denn? Kanone! Kann ich's alles wegschießen, oder was? Hallo! Du musst dich da auch hin, wo wir noch verstecken können! Ja, scheiße! Geh unter! Autsch! Ich hab mich selber umgebracht, fast! Äh... Ich versenk einfach das Schiff, da wollte ich mich nicht verstecken! Geh unter! Mastfeld! Oh, ich hab wirklich den Mast umgeleitet! Oh, ich hab wirklich den Mast umgeleitet! Ich hab den Mast vom Schiff gefällt! Ich hab den Mast vom Schiff! Oh, hier ist ne Truhe! Ich glaub, wir können sich gleich schon nicht mehr verstecken! Wo, am Boot? Äh, generell! Jetzt bin ich ja nicht auf dem Boot! Oh Gott! Oh Gott! Das wär so längst schon was los! Was? Mit Wasser! Was? Geht! Ich hab kein... Mann, ich hab kein Zielfernrohr! Äh, Zielfernrohr! Ich kann nicht gucken! Ja, zum Glück! Äh, ist das Boot schon weg, oder? Nö, noch nicht! So! Scheiße, was ist das Boot, äh... Warum findest du denn das so interessant, das Boot? Nichts! Ja, ich bin... Ah, Zielfernrohr! uscum... Teilweise columnist ... Jetzt hab ich da schon ein Ton aus! Weil ich wieder Klingel... Das ist so wasipp! Kämpft! Ig fancy! Lalalalalalalala Lalalalalala Mh 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 Wieviel HP hat dieser scheiß Mast? Wieso da? Ah! Hab dich! Du hast eh jetzt geguckt, alter! gibst du, hast geguckt? vielleicht, nein kannst ja gucken in der Aufnahme oh fuck Mann, ist auch so ein Kurs versteckt da oben gut eine und hey hey das Ding war auch ne Masse ok weiter gehts ja, warte, du musst wahrscheinlich zählen du kannst ok 1 2 3 achso zählen, was denn das? so, jetzt, ich will auch mal Kanonen ausprobieren bing bing oh bing oh oh Gott rückwärts gehacken pie 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 hast du denn auch schön die Warnblinker an? ja hoffentlich bing du kannst selber damit schießen ne? zurzeit nicht möglich, ich will sich verarschen bing bing ähm hm ähm was denn? was hast du denn? was hast du denn? nichts alles gut war vielleicht nur ein bisschen nahe an mir dran, aber mehr nicht hier gibt's ja leider keine klingel, deswegen muss ich ja dann so auch immer anklopfen halt höflich oh Gott, ich bin Profi, alter manchmal wechselt ja die ganze Zeit immer die Steuerung von dem Controller oder? ja, witzig verarschen ja, witzig verarschen was ist da denn? hm ich hab das OP versteckt des Jahrtausends ja, glaub ich aber auch so langsam ähm also ich sag mal so das zuerst das versteckt war sehr nicht geil aber das jetzt das ist schon echt hart OP weißt du, ich würde immer noch so ne Chance lassen das finde ich mal auf so auflegen ne, ich war richtig auffällig ohne Witz dann hab ich mich mit der Kanone geschossen ja, jetzt bin ich versteckt aber ich sag dir halt nicht wo hm aber wenn ich jetzt wüsste, wie nein, ok, das wird wenn ich das jetzt sage, dann weiß ich genau, wo ich bin wenn ich jetzt wüsste, wie ich mit der Kanone fliege hm jetzt weißt du, wo ich bin aber weiß ich nicht ja hier gibt's viele Stellen, die man hier wegfliegt ja, so sieht man mich ja noch so sieht man mich ja überhaupt nicht äh was wär dann zu OP da ist die Kanone ey ne Kanone was hast du das nicht gesehen was alles gut hä nein, nein, alles gut ich bin blind ich bin blind lasbig ich hab mir schon in der letzten Folge geklärt nein hä ja ja äh und ich bin grad damit an dir vorbeigeflogen äh, hä die Kanone, die du da unten angeschossen hast das war ich also hab ich ich ne, du hast mich ja nicht gesehen ach hä hä Leute, weiß gar nicht, dass es so geht wenn hab ich dir dreimal schon gesagt ne seh gar nicht oh ich nehm kann auch nur steu und kann auch nur steu ah loll wiii oh Alter 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 du hast mich schon ein bisschen weit ein bisschen beim Vokano geflogen haha ah Junge, war das ganz lustig die Kanone sind ja mega mhm 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 woher ich bin Alright hey hey komm hey komm ey ehh ehm ich weiß nicht wo ich bin ich bin beim Vulkan haha ok zählt hast mich ja ja ey ich war verdanken geflogen ey Hi Fabi ich hab doch gesagt hi boah ist ja mega cool so ich hing halt unten in dieser einen Kanone drin Ich hab mich hoch geschossen und bin genau an dir vorbei. Wirklich, du bist genau an mir vorbeigelaufen. Und man sieht einen sogar fliegen, das ist ja das Witzige, aber du denkst halt, das wär eine Kanonenkugel, weil du außenrum so Feuerpartikel hast. Und dass du so viel kaputt machst trotzdem. Lauf mir nicht in den... LOWMU! LOWMU, du Gösung. LOWMU! Gut! Boah, die Kanon sind ja mega! Aber MEGA! Bombastisch! Hast du verstanden? Ich bombe, bombastisch! Hahaha! Flachplatz.de oder was? Flachwassi.de! Verstecken! Ja! Ja! Halt! So ein... So, ich guck jetzt nur nach unten hier. Ja, ist doch besser so, Alter. Oh scheiße, komm ich jetzt schon mal nicht mehr zu fett. Ja, das ist ja nicht mein Problem, ne? Wie lange du jetzt hier nicht beim Brunnen vorbeilaufst? Ja, bin ich noch nicht. Welcher Brunnen? Was ist denn Brunnen? Naja. Da, wo du dich verloren hast. Ich hab dich nie verloren. Nee. Nee. Das war süß. Äh, süß. Süß. Naja. Achso... Du kannst. Kann? Ja. Ich hab schon mal so wieder irgendwo geguckt. Nö, dies war nicht. Ah! Jetzt war natürlich auch nicht, ey. Ich hab nur irgendwas bauen hören, aber... Ich weiß nicht, ob du das wirklich warst. Ich brauch halt irgendwie nur so Kopfhörer, dass du nicht meinen Ton auch hörst und fahrt. Mist. Mhm. Mhm. Er nimmt doch die ganze Mal den Helikopferer. Stimmt. Mhm. Moment mal, ich kann eigentlich die Kanone dadurch identifizieren, wenn du in einer drin hängst, weil die gefärbt ist. Oder war die nicht gefärbt, die Kanone eben? War nicht gefärbt. Oh, Lull. Ich hab einfach zu viel gedacht, weil die Kanone war ja vorhin ja auch da, also im Wasser. Und dann hab ich einfach vorhin angeschaut und hab ich gesagt, hä? Ich so, wenn er die Hitze ja so angezeigt hat. Ja, das ist normal. Okay. La 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 la. Ja, ist nicht so ein OP? Jo, was ist das hier für ein OP-Versteck? Ja. Alter. Zufall ich muss echt mich verstecken nicht do god Ja, das habe ich gerade auch festgestellt Alter, das ist ja voll das OP verstecken Ach gut, ich kann schon ein bisschen was hier wenn einer was googeln Ahja Nein Lile blua lala 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 Nein, Mann, er hat aber eine Falle nicht ausgelöst. Ich war ja nicht drin in der Falle. Oh, scheiße. Als erstes hatte ich gedacht, da wärst du, aber dann... Heute Morgen, das war's für dieses Video. Ich würde anfangen, lasst dann durchschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und schütteln auch. Ciao. Tschüss.